Hallo und ein herzliches Willkommen! Komm zurück, meine Lieben! Ähm... Hallo? Genau. Ich habe jetzt fast Vollbild. Also es ist wirklich bloß nur am Rand, minimal, ähm... Abstand. Und genau jetzt klicke ich dahin. Okay, drücken und halten Sie Taste 1. Um... Und ich habe jetzt noch einen Räumen. Um... Scheisse, ich habe jetzt noch einen Räumen. Ich habe jetzt schon wieder. Halt, Moment. Alter. Wir wissen ja, das ist kein gutes Zeichen, wenn wir in Soldaten schubsen. Das bringt nur Ärger. So. Wir klettern mal rüber. Hüpp. Und hüpp. Und. Ja, ja. Und. Voll gekickt. Hi, hi, hi. Darf wahrscheinlich jetzt mal das Pferdchen nehmen. Und dieses Mal werden wir, glaube ich, ein bisschen kämpfen draußen. Wenn möglich. Was nimmer denn? Ach, ich will das Dunkle. Ich stehe auf schwarze Pferde. Also ich reite selber nicht, das arme Pferd, um Gottes Willen. Aber, ich finde, Pferde echt schön. Ich bin mal geritten. Äh. Es war sogar gar nicht so lange her jetzt. Hier kann ich... Ich weiß nicht, ob es uns was bringen würde, wenn wir Angreifer hier töten. Weil die stehen ja immer wieder hier, denke ich. Gibt es hier oben eigentlich was? Ach so. Okay. Okay. Na, sieht ihr das an? Was haben wir denn hier Feines? Ach, das gibt es unterschiedliche, das auch noch. Hipp, hipp, hipp. Hipp. Hipp, hallo. Wo ist mein Pferd? Weg. Wo ist mein Pferd? Pferd? Willst du jetzt echtes nehmen? Ja. was ich bestelle mir einen gangster er singt dann mit mir wir sind die kosten werden wir grüßen wollen wir durch die düse so jetzt mal gucken wo muss man hin da muss man ja zu allererst mal groß machen es mir verbrennen sie leichen yep so hallo adler weg da so jetzt wissen wir wenigstens wo wir überall hin können belauschen machen wir doch das leichtes plumps hallo jetzt da ist eine bank hallo bank ok machen wir es anders dann machen wir den zuerst ich habe ihn bloß auszusehen angerempelt mann das sind überall scheiß adler dinge mir sind schon wieder mein finger eingeschlafen so wo muss sie hin da muss sie hin es ist hat ein 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 Okay. Ja, komm schon. Ja, da. Gut. 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 zu viel, viel zu viel. Lauf, 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 lauf. Ja. Da haben wir jetzt was. Guckst du an. Da ist das Büro. Meine Güte, das hat aber lang dauert. Nö. Gar nicht wahr. Ähm, würdest du bitte... Nein. Nein, 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 nein. Ich bin jetzt nur noch ins Büro. Dankeschön. Ähm... Cool. Ich hau dir jetzt gleich an auf die Fresse, wenn du jetzt nicht verschwindest. Oh. Da 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 da. Da da da. Oh. Ja, aber hier sind die ganzen Dächer voller Soldaten. So. 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 Obla. Was haben wir hier? Okay, jetzt gehen wir erstmal ins Büro. Ja, das Problem ist halt, dass ich eigentlich wirklich die ganzen Aussichtspunkte abklappern muss, um die Missionen freischalten zu können. Jetzt gehe ich erstmal ins Büro, dann gucken wir mal weiter. Was machst du da? Ja, wie mir das auf Nerven geht. Hallo? Geh halt einfach runter. So, jetzt aber. Oh. 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 Okay, hip hip, yep. Okay, jetzt sind's mehrere. Come, 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 up. Da, da, da. 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 Okay, dann gehen wir jetzt hier auf den Aussichtspunkt. So. Da, da. Da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, da, da. So. So. Nein! Idiot! Oh! Was ist denn hier? Wer reißt denn bitte die Tür so auf? Oh, mein Herz! Nee, nicht? Uh!